und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der so stringenden Kälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seiner seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwinnen Sie hier ihre Absichten durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete, und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche, erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gegrüßt sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gegrüßt sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gegrüßt sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gegrüßt sei gegrüßt und gesegnet, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gegrüßt sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet, sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähne sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Mmm. Ah. Ja. Wenn du es ganz we φ Melbourne one bit um Mitternacht. Vielen Dank.